Wir haben bestimmte Projekte gemacht, unter anderem zu den Nachhaltigkeitszielen der UN. Und dann sind wir auch dazu übergegangen, weitere Projekte zu machen, weil wir nämlich vom Schulministerium vor Ort gebeten wurden, Suppenküchen zu bauen für Grundschulen im Township von Windhoek, das nennt sich Katatura. Und dort haben wir 2020 dann begonnen, eine Suppenküche zu bauen und mit Geförderung durch Engagement Global und sind nicht fertig geworden, weil es zu lange gedauert hat und weil das Material nicht da war und und und. Aber immerhin steht das da und es wurde dann, als neues Geld kam, von der namibischen Seite aus weitergebaut. Denn das Besondere an dem Projekt war, dass wir mit deutschen Handwerkern, Auszubildenden runtergefahren sind und dort mit namibischen Auszubildenden diese Suppenküche gebaut haben oder angefangen haben zu bauen. So und jetzt, dann kam Corona und jetzt fahren wir wieder im September, Oktober darunter und versuchen da weiterzubauen. Und vor allen Dingen auch, wir wollen gerne ein deutsch-namibisches Begegnungszentrum bauen. Alle Zuschauer wissen von den geschichtlichen Problemen, die Deutschland mit Namibia gehabt hat und dieses Genozid, was da abgelaufen ist. Und dass wir dazu beitragen wollen, dass sich die deutschen Jugendlichen und namibischen Jugendlichen besser verstehen. Oder Vereine oder was auch immer. Super, hört ihr. Und ja, das beseelt mich und gibt mir auch so in meiner Pension Betätigungsfeld genug, um das zu tun. Super, super. Haben die denn dort, ich muss mal ganz dumm fragen, ansonsten nicht regelmäßig zu essen bekommen? Das war eine gute Frage, denn das hätte ich jetzt auch berichten müssen. Warum eigentlich, ne? In der Suppenküche. Die Schulleiterin dieser Schule sagte, ungefähr 20 Prozent der Kinder, das sind 1200 Grundschulkinder da in der Schule, 20 Prozent bringen ihr Essen mit, ihr Frühstück. Die müssen das in der Klasse essen, weil wenn sie auf den Hof gehen, die anderen Kinder, die nichts haben, ihnen das Essen wegnehmen. Und dann gibt es da immer noch eine kleine Schulspeisung, aber das ist natürlich auch von der Dimension größer, bei 1200 Kindern. Und ja, deswegen sind wir froh, das machen zu können. Eigentlich ist der Bedarf noch viel größer, aber das kriegen wir auch finanziell im Augenblick nicht geständigt. Mich beseelt da weiterzumachen, das Erlebnis mit einer Lehrerin in dieser Schule, die sagte, ich wollte eigentlich aufhören mit dem Unterrichten, weil ich für mich und die Kinder keine Hoffnung sehe, aber dadurch, dass sie ihr die Suppenküche anfangen, habe ich wieder Hoffnung bekommen. Aber da gingen wir so runter wie Öl. Und das beseelt einen dann auch, da weiterzumachen an in dieser Thematik. Super. Also das ist ja wirklich ein Thema, wo man sagen kann, danke, 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 dass ihr euch da mit einbringt und mit denen gemeinsam versucht, irgendwas für alle zur Besserung beizutragen. Die brauchen das auch, die müssen Hilfe zur Selbsthilfe bekommen, weil in Namibia gibt es keine Reparaturmentalität, sondern wir müssen gezeigt bekommen, hier, das musst du so und so und so machen. Oder, aber auch, man lernt dann Leute kennen, das Improvisationstalent der namibischen Handwerker und die Akkurates unserer Handwerker. Das Zusammenhang gibt super Ergebnisse. Super, super, ey, das ist ja genial. Ja, ja, klasse. Du hast auch ein Dankbarkeitsbuch geschrieben, ne? Ja, über mein Leben. Ja, und diese Dankbarkeit ist ja auch kulturell unterschiedlich. Wir Deutschen sind ja ein bisschen zurückhaltender in der Dankbarkeit, ne? Ja, kann man so nennen. Und wenn man dann Kinder in Namibia spricht und darüber spricht, worüber seid ihr eigentlich dankbar, das haben unsere Schüler dann auch getan, dann ändert sich das Weltbild unserer Schüler, weil die Dankbarkeit, die die Schüler äußern dort, ich bin dankbar, dass ich eine Familie habe, ich bin dankbar, dass ich in die Schule gehen darf, ich bin dankbar, dass ich gesund bin. Das ist für unsere Kinder gar nicht so nachvollziehbar, dass man bei solchen Selbstverständlichkeiten dankbar sein kann. Und das finde ich schon super, dass man das erleben darf. Super, super. Und das ist genau das Thema, was ich auch gerne auf meinen Reisen noch in die Welt tragen möchte, weil solche Geschichten oder egal welche, jeder kann darüber eine Geschichte erzählen, egal an welchem Platz er ist. Und wenn er diesen kleinen Schalter, sage ich immer, von dem Bewusstsein so einmal umdreht und überlegt, alles, was ich habe, was ich bin, über alles kann ich wirklich dankbar sein, und zwar von Herzen. Und es wird mir erst dann bewusst, wenn ich es nicht habe, wenn ich auch wieder krank bin, oder wie dort, ganz arm bin, oder irgendetwas Schlimmes erlebe, dann auf einmal wird ganz vielen Menschen bewusst, Das war ja gar nicht selbstverständlich. Das war nix. Und darüber, dass ich das jetzt erleben darf, bin ich ganz, ganz dankbar. Ihr Lieben, und das möchte ich weiter in die Welt tragen. Danke, lieber. Gerne. Danke, liebe Ulrike, dass du die Kamera hältst und trägst. Also, alles Liebe euch da draußen. Tschüss. Tschüss. Und jetzt?